Durch seine gefällige Karosserie zählt der BMW X3 20D zu den beliebtesten Einradmodellen. Er bietet viel Komfort im Innenraum sowie genügend Laderaum samt elektrischer Heckklappe. Der X3 gibt sich sehr fahrdynamisch und ist wahlweise mit intelligenter Achtgangautomatik lieferbar. Sein durchzugsstarker Vierzylinder TwinPower Turbomotor mit 2 Liter Hubraum und 190 PS ist leise und sparsam.